So, Freunde da draußen, herzlich willkommen. Guten Tag, ihr Verrückten. Hallo Freunde. Ja, und an die Zuschauer von YouTube herzlich willkommen. Wir haben jetzt den 9.2. 2023, 17.20 Uhr. Und wenn ihr live mit dabei sein wollt beim Roadtrip unten in der Videobeschreibung, dass der Ding zum Merkwitcher kam. Ja, Freunde, gleich geht's los. Eine Minute. Jetzt starten wir. Seribot ist auch schon da. Sehr schön. Techno-Gerballer, Freunde. Techno. So, wir warten, bis wir vorbeifahrer eingesammelt haben. Wir haben am herrlichsten Sonnenuntergang. Wird also ein schöner Techno-Road-Trip. Wir warten mal wieder auf den Mixed Up Hot, bis der sich hier austobt, Freunde. Und dann geht's los. Drei, zwei, eins. Da bin ich, Freunde. Ein paar Löchen. Ja, und nachher natürlich geben wir ein paar losen Wunschkummer an, Freunde. Und dann zeigt man die andere Kamera, bringt die jetzt schon, oder? Nein, doch nicht. Aber ihr werdet es gleich sehen, bei dem Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Carsten. Hallo, der Erste im Chat. Guten Abend, Carsten. Und die Chirova. Das ist auch da. Lieben Abend. Vielleicht kommt die Serie vor der Schicht. Ach, Serie vor der Kuh. Gewechselt ab, die Schicht noch weiter. Ich glaube. Da war schon mal wieder ein Fehler gewesen, aber jetzt fangen wir mal nur raus, Freunde. Kein Komödie. Da, Pastor Robert werden begrüßt. Sehr gut. Bei uns, Freunde. Ich drehe mal die Kamera nach vorne. Mit vor müssen wir den Sonnenuntergang sehen, oder? Der ist so schön, den will ich euch nicht vorenthalten. Wir müssen mal sehen. Cover geht. Wunderbar. Sehr schön. Danke. Ja, Freunde. Wie war euer Tag gewesen? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Donnerstag. Morgen letzter Tag der Woche, Freunde. Schoko Onkel. Guten Abend. Herzlich willkommen. Hi. Sehr schön, Carsten. Freie ist immer gut, Freunde. Erstmal Chatloben. Geht. Wunderbar. Andere Frontcam. Geht auch. Wunderbar. Bull Terrier. Gude. Hallo. Guten Abend. Bull Terrier. Song-Anzeige? Geht auch. Das ist aber das Blöde. Nicht? Carsten, wenn man frei hat, dann gibt es immer Tage, wo man nicht wieder arbeiten muss dafür. Ja, Elektrochemie. Ahoi, guten Abend. Wunderbar. Ja, schnell auf den Fahrplatz hier. Die Hunde, da sind sie. Du wirst ja am Sonnabend sehen, Robert. So, Freunde. Naja, deswegen fahren wir jetzt auch los, Elektrochemie, damit wir das Panorama noch ein bisschen besser entließen können und nicht hier nur so auf dem Parkplatz stehen. Da haben wir noch ein bisschen Sonnenuntergangsfeeling. Komokino-san, hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zurück. Na, bevor die Sonne gänzlich weg ist, Freunde. Gucken wir uns die mal an. Warten. Da müssen wir nämlich auf die andere Kamera gehen, weil die hoch wurde ja nicht beringt im Dunkeln. Na, schöner Radfahrer. Erstmal ohne Licht hier. Na ja, brauchen wir ja nicht so eine Helfer in der Summa. Guten Abend. Herzlich willkommen. Und die Giskoka. Hallo. Ein Scheinbücher. Fickste. Also mach die Scheibe extra mal sauber. Wie interessant. Da haben wir schon gut den Sonnenuntergang sehen können gleich. Ja, ich weiß nicht, was das Problem ist mit Pferd, wie viel es verkrankt. Keine Ahnung. Ich hab's eingestellt. Es geht nicht. Kann ich dir nicht sagen. So, Freunde. Jetzt gleich kommen die Reste vom Sonnenuntergang. So, Freunde. Jetzt gleich kommen die Reste vom Sonnenuntergang. Schau mal. Schau mal. Das taucht so oft. Weigert sich, ja. Technik. Manchmal habe ich dir die Füßkakra. Das ist hier die Technik. Otto, langsam so ein Eigenleben, Adresser. Kennst du das? Was ist denn da? Intelligenz entwickelt. Aber meistens ist die Intelligenz dafür da, um zu sagen, nee, mach ich nicht. Das kann sein, ja. Schon grad. Kann sein. Aber ich weiß nicht, ob der Reste vom Sonnenuntergang ist. Ob der Computer und die Software schon so empathisch sind, wirst du? Die langen Wolkenstreifen, Freunde, war schon der Hammer, oder? Haben wir lange drauf gewartet, ob die Sonnenaufgaben oder die Sonnenuntergaben sind. Ja, aber leider ist der Blick weg. Gleich wird es noch gewollt, ne? Dann müssen wir auf die andere Kamera gehen, meine Damen. Ich hab mir nicht viel Freude, dass die Spritpreise ein bisschen runter gehen. 1,80 hier. Der Diesel. Der Liebter Diesel. Der Liebter Diesel. Der Diesel. Der Diesel. Der Diesel. Möge Text 4 Dollar Liga Lohne oder wie? Skokka, versuch mal bitte noch mal. Tja! Na süß, da geht wieder Skokka, mit viel Überzeugungsarbeit kann man's reaktivieren. Mr. Trepez, guten Abend. Ich kann gleich mal ein bisschen lauter machen, ja? Für mich so. Zuma, schöne Grüße bitte an den Lim. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. So, dann gehen wir auf die andere Kamera und sind unterwegs. Ich will jetzt diese neue Harry Potter spielen. Grupo 9, genau. Skokka, Grupo 9. Genau, Ticket kaufen, Freunde. Denkt man, wir machen da ja, geben wir über Verlosung, Wunschkammern zu gewinnen. Ich hab da noch mal die Verlosung, meine. Ja, ich will es nicht ganz, nicht ganz synchron. DJ Matro, guten Abend. Matro, du warst aber nicht lange online heute Morgen, oder? Ich wollte dann noch mal gucken bei dir, da war es schon wieder offline. 2,5 Stunden, okay. Mal hab ich den Wohl verpasst, verdammte Axt. So, vorhin der Tempomat, noch entspannte, 105. Hüpf, halt nur noch mal verrückt. Ich werde das noch mal krachen, 105. Na, war es schön, wie Twitch äh, 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 äh. Wir tanzen, Twitch, die mal erwartet hinter dem Video, oder? Ja, hab ja schon kondoliert, äh, äh, böö, es ist, die, die flaut es nicht mehr, ja. Das hat mir über Lili von Paris geschrieben, da war ich total schockt gewesen ins Rocker. Ari, guten Abend, Ari. Ari, ist morgen der Russian Online oder nicht? Hast du da Infos, meine Beste? Ja, mach mal ein Fluss damit mal. Und wenn ich sie hab wollen. Wenn sie sie hab wollen, ne? Oh, Blitz da, der steht doch. Das kann man doch brauchen, ne? Wenn wir jetzt nur 130 fahren würden, hätten wir ein Problem. Machen wir aber nicht, meine. Komodo Amiga, guten Abend und herzlich willkommen. Gibt es solche Base? Matata, 4 Promille. Warte mal, was hat die Rallye in Schweden gemacht? Warte mal, aber bestimmt nur Volvo Star, oder? Star Trip Base? Rallye in Volvo. Wärmer wie hier, okay? Na ja, reicht doch eben wohl wo aus, denn für eine Vallye, oder? Weil ich hab's nicht hingekriegt, ne Portfreigabe bei meinem Router einzurichten. Ich muss mal Teletonica anschreiben, den Support. Weil ich wollte ja, wie gesagt, dass wir mobile bei Handys streamen können. Hab's nicht hingekriegt, Freunde. Wer die scheitert. Aber manche Dinge dauern. Aber manche Dinge dauern. Teletonica Route 950. Ich guck mal. Zacki, guten Abend. Herzliche Grüße nach Österreich. Zacki. Ich kann's ja mal googeln. Ich hab schon so viele gegoogelt. Zocker. Da hab ich ein Erklärvideo auf Spanisch gefunden. Aber von so einem älteren Router. Das ist die Benutzeroberfläche anders. Aber ich schreib heute Abend mal eine E-Mail an den Support von Teletonica. Ja, Port Forwarding findet man. Port Forwarding Teletonica. Da gibt's so eine Wiki-Seite, wo das erklärt ist von Teletonica. Aber, hm. Das funktioniert echt. Das wird die Ballerfreunde, oder? Das kann man sich doch mal anhören. Ja. Du bist gar nicht Freunde. Wollen wir uns nachher ein Eis holen? Mal zur Feier des Tages. Barchio Mariano. Guten Abend, willkommen. Eiskaffee. So, dann tankt er nicht, oder? Doch, so abgetackt. Ach so, müsste passen. Dann könnte man ja so ein Schattesding holen. Aber ist jetzt sogar pur. Ja. Doch. Entspannte Musik Entspannte Musik Baxio Y2605 Was bedeutet das Number-Meaning? Nein, ich habe mich gerade überlegt. Da sind wir ja fast da. Hier kommt ja gegen Gold nicht mehr, oder? Nein. Ich glaube, er kommt hier. Oh, habt ihr gesehen, Freunde? SRT hat ein bisschen rumgezickt. Die GoPro werben. Hallo, pass mal an. Oh, ja. Die GoPro hat schon ein bisschen auf Temperatur. Nee, noch nicht, Skokka. Guck ich mir aber näher an. Aber ich bin dankbar für jede Info, Freunde. Für jede Info zum Board-Forwarding. Teltonica Route 950. Lisa Dapp. Was ist denn hier los? Na, das war mir klar. Das ist nämlich so ein komplizierter Industrie-Router. Du hast ja kein Standardprodukt, bist du. Lisa. Feierabend, Pause. Kein Bock, krank. Was ist los, Lisa? Warum bist du hier, Lisa? Ich bin hier, weil mir dein Content gefällt. Ich bin hier, weil mir dein Content gefällt. Und die Musik und so. Und die Musik und so, weißt du. Nee, bleib mal hier, Lisa. Außerdem ist denn Sousa Suma einsam. Ja, macht mal eure Befehle hier hin und her, Mädels. Glaub ich. Ich hab hier so ein Niednabel-Gentadet, Freunde. Macht die, oder? Danke, Macho. Danke. Danke, Macho. Danke, DJ Macho. Danke. Danke, DJ Macho. Naja, hat mich daran stört, Sack, die ist schweineteuer Kammers, die bewerben die als Mampa Fox, Hallelä, guten Abend, Sack, die bewerben die mit, die haben eine extra App ausgebracht, eine Webcam-App für die Gopo, ja, und die bewerben die als Webcam, wenn sie gut heißt, aber was soll denn der Scheiß? Deswegen testen wir noch mal ab und zu, ob die Gopo noch lebt. Sag mal, Fox, hat dir dein Raid-Ziel heute Morgen gefallen? Kaplash. Ist ja cool, der Typ, wa? Bis zum nächsten Mal. olf Quats. So Freunde, also, ich schreib morgen mal bei Discord rein, ob wir Sonntag oder Sonnabend streamen können. Das entscheidet sich heute Abend erst, aber so, ich denke mal so zwischen 8 und 9, entweder Sonnabend oder Sonntag. Da ist der Discord-Link, wenn ich bei Discord ist, kann gerne mal zu Discord kommen. Enjoy our Discord-Server. Ach, kennst du schon, ja? Cool. Ich finde immer Mama-Pox beim Tablash geil, dass der so 80er, 90er mit Techno und Haus so richtig genial kombiniert. Ja, natürlich ist das schon, ich sag mal, wenn man da in-rated die Leute begrüßt und so, haltet es schon, wirklich schon geiler Content-Brenner, was der veranstaltet. Mit seinem Kopf hier, mit einer riesen Kopfmaske da und so. Mitgehandt, mitgefasst, guten Abend, herzlich willkommen! Ne, Discordas, flüstern wir mal den Link, bitte. Können wir mal angucken. Hori Sub, vierten Monat vom Mitgehangen, Mitgefangen. Vier Monate, Beifahrer, Dankeschön. Dankeschön, Mitgefangen, Mitgefangen. Zackig. Action-Camp ist halt nicht nur für eine halbe Stunde mal Action quasi irgendwann. Komashio, du hast die Farbe verändert. von red to blue. 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 Wahrscheinlich, muss ich jetzt, hey, mit der GoPro noch irgendwie so einen kleinen Lüfter anbauen. Mal, das würde vielleicht funktionieren, Freunde. Warte, wenn, was das im Sommer wird, Freunde. Rot, da habe ich Klima, da ran. Und beinahe die Autobahn, Alpa-Autobahn. Hm, danke fürs Rücklogen, Summa, Dankeschön. Motorbike, na, mein Freund. Naja, und du wirst ja zackig, ich will ja Stabilisation haben. Mit Bayern, mein Hauptaufmerkenschen, kommt man letztlich um der Action-Cam nicht rum. Aber wie du ja auch richtig erkannt hast, Action-Cam ist aber für Stream-Scheiß. Außerdem vorhin das Action-Cam bei Dunkelheit schlecht. Lisa, wir sitzen aus mit Musiklohn heute bei dir. Hast du das schon, hast du darüber nachgedacht? Hast du das vor, eventuell, Lisa? Ja, oder? Ist nicht ganz so, nicht ganz so tolle T-Baller heute. Ab Series 2 Intro Adam Bass Lisa macht Musik, ja. Hallo Adam, mein Freund. Guten Abend. Ja, Lisa spielt die erste Geige heute, Freunde. Ja, Freunde, mit Eis holen ist ein bisschen schlecht hier, weil da kommt keine Tanke mehr. Wander. Ja, ja. Internet-Zack-Bombiner. Musik Hinzu. Freunde, Lady Seek. Deine Schiebung, ja. Mit Lisa, so ein Hula-Rubring mit Reis gefüllt. Ja, Dachdefekte, ja, ja. Zappi. Hallo, wieg mir doch die Billigcam hier vorne. Guck mal, das ist die GoPro jetzt in der Dunkelheit. Das ist die Billigcam. So, Freunde, war das DSLR, Stockma, warum mich nicht Stockma? Ja, kannst du machen. Dann hast du aber nachts ein bisschen besser und tagsüber ein total scheiß Bild. Na ja, ich habe eine digitale Kamera, aber die hat keine Stabilisation. Und meine. Ihr redet ja immer Mädelskram hier. Mädelsbastelkram oder was habt ihr da? Ja. Das hittet mich mal. Sektan, Mädels. Bisschen. Mädelsbastelkram. Gimbal würde werden, ja. Aber das ist die Aufbauhöhe. Scheiße hier. Passt nicht unter der Scheibe. Habe ich schon getestet. Allein. Das. Ja, ja. Da. Jetzt. Geht ihr Obata's Savagebackpoint? No. Smoke. Das schon. Schon längs. Eben hier war letztes Mal wieder hier gewesen, Skokra. Jetzt mal wieder auf die Tauben. Ja, ich kaufe so schnell, bis es nur Smoke kommt. Ja, da. Na klar, dann bist du ja da. Das ist ja die Strafe, die ich mir selber auferlegt habe. Na ja, das ist nicht ganz unruhig. Selbstgeißelung. Kennst du das? Aber das ist ja alles für meine Gesundheit. Ja, das ist ja die App-Freiner. Ja, was sagt die App-Freiner? Null Grad. Haben wir auch, ja. Null Grad. Oh, dann scheint die Sonne. Ja. Ach, sagt die. Dann müsst ihr ganz stolz drauf sein, mein Freund. Ja. Kann ich mal so aufhören. Oh, du eh. Ja, genau so. Wie der Adam wird schreiben, könnte sein, dass er Ü nicht kennt. Ich könnte auch nicht. Ja, aber das Problem ist, da muss ich dann Lampbinden haben, wo laden, wisst ihr? Keine Ahnung. Weil ihr wisst ja, ohne Licht geht nichts. Guck mal, wenn ich jetzt hier so bald die Facecam-Lampe ausmache, Freunde. Es ist vorbei, bin ich weg. Ich muss mal gucken, da gibt's doch bestimmt irgendein deutsches Service oder so. Ja, cool. Dann legt sich der Schalter rum und alles wird schön. Ja, da muss ich mal was runterschrauben. Ich passe das immer an, der dann die Bedürfnissen, die da vorderlich ist. Habe ich ja was sonst nicht zu tun, wisst ihr meine? Was ist das denn? Eine Ballerina oder was? The Lorax, my American friend. Ist das auf dem Account vom Lorax-Bucken, Freunde? Ja, auf dem Baden. Lorax, I saw in your account that you had a beard, a nice beard. Ja, vielleicht verlängert sich die Abklingzeit. Ja, vielleicht verlängert sich die Abklingzeit. Ja, Herkellands rules the world. Ja. Was? The Lorax. Then you have to change your profile picture. Then you have to change your profile picture. Peter, du musst eine holle Anzeige geben. I love that the Lorax. The Lorax is laughing. The Lorax Lagos Frust und Bart und Haare, Stoppelbart hast du mit dem Bess. Hier war es gerade die Doppel A, Lisa, was ich zeige es dir, Lisa hat den Stich vor dir gebracht, guck mal, der sieße, Lisa, der Junge, da steht es. Hier war es gerade die Doppel A, Lisa, der Junge, da steht es, Lisa, der Junge, da steht es. Motorbike, du bist doch mein Freund, da war ich mal gewesen. Das ist ein Marcel Feuer, ist er denn Bess? Hier war es. So Freunde, wir gleiten entspannt. Aber wir können uns nachher an der Hemdtangstelle noch eins holen. Ich weiß nicht, ob das Internet erreicht, Freunde. TVZ, ja, Hallöchen, guten Abend. Wir holen uns vielleicht Eis nachher an der Langstelle. Danke für die Info, NMS. Die Nohra, die einen. Geht euch noch an die Nohra-Fehler erinnern? Ich habe mich so gefreut, wenn man sich so freut und es ist wie Weihnachten als Kind. Man wünscht sich was und man kriegt was anderes. Das ist man enttäuscht. Aber damit muss man lernen, umzugehen. Das macht mich jetzt traurig, wenn du drüber schreibst. Das wirkt meine Empathieseite in mir. TVZ, 4 Promille mit fast 100, ist klar. Ja. Ja. Ja, aber warte, was willst du sagen? Ja, ja klar, da kannst du mitmachen. Höhenvolle, volle Zü. Ballert, EVZ und Full Speed. Das war ein 20 Grad in South Carolina auf dem Topf, oder? Ich bin ja noch mal zur Erinnerung, dass er wisst, wenn ich streame. Was ist denn aus? Was ist das für dich? Was ist das für dich? Seht ihr, Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich muss mich an das. Warte. Warte, warte, warte. A new person. Okay, Lorax. Yeah, I don't want to comment it. Now he looks like a smart guy. I don't want to comment it. 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 The Lorax. I think you did this because you want to leave the redneck way. Now he looks like a... Yeah. Like a... Account manager. Ari, my best. Viel Spaß beim Lurken. Und wenn wir uns nicht mehr hören oder sehen sollten, dann vielleicht morgen beim Poschen. Okay. It's okay, Lorax. But look at the mirror. What's happening? I think... I know the reason, Lorax. Listen carefully. You changed your beard. You shaved your beard. Because of a wife, Lorax. Is it true? Because of a woman. I know the reason, my friend. You shaved your beard. You lose weight. And stop drinking beer because of a woman. Woman. I'm right, Lorax. I'm right. Believe me. Hey, Adam. Suck. Hey, Adam. Hey, no smoke from Adam. I know the Lorax. Or me. Adam Best. No smoke. The Lorax. Look on the screen. I will show you. It was 2017. Wait, 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 wait. I have to look. Look here. Lorax. That was me in 2017. And it was time for a change. Yeah, I know. He doesn't want to go up. He doesn't want to go up. He doesn't want to go up. I'm going to go up. listen to me, Schlingle. When I cast. What's this hip here? I think, everyone will�vation in USA have a real redneck. Machen sie auch! Ich habe noch weggebracht. Ich lebe das Zoll. Ich habe erst das Haare, dann habe ich auf der Beard. Das war mir, bevor ich die Beard. Wer ist die Beard? Und das sieht schlecht aus. Und das ist kein Hipster Hairstyle. Für Erd gestaunst, oder? Geil, war? 2017. Richtig lange Matte, ey, meine. Conchita-Wurst, Alter. Ja, wirklich, ja. Let's get the Lorax. We will shock you now. Hoff-Hearted. Resub. What's happening here? Six months. Hoff-Hearted, welcome. Hoff-Hearted, thank you, my friend, and welcome. Lorax, Google. Google Conchita-Wurst, please. Mm-hmm. Adam, schreibt mir nochmal hin. Conchita-Wurst. Hoff-Hearted. Good evening, welcome. Thanks for the Resub. Oh, man. No, man. Boom-Hundred. We will check the Airbeams so much. We will check the Airbeams so quickly. Wait. Yes, we will check the Airbeams so quickly. You see, what? Thanks for a resub, my friend. I do this all for you outside, friends. Thank you. Golan, haute erst mal für den Adam Rüns und die Schenkabobin. Dankeschön, Golan, für das Geschenkabo für den Adam Bess. Subscription time here. Golan, 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 Golan. Golan, Golan, Golan. Hallo, Freunde. Hier, wer hat den Heft mit großen Bitzchen? Ach, Golan, 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 Golan mit 100 Bitz. Dankeschön. Hier. Ja. Dankeschön, Golan, Golan, Golan. Und wer noch? Und Rüdi Chirobat noch mal 100 Bitz hinterher. Dankeschön. Dankeschön. Warte, meine Dach ist kauf. Du müsstest eigentlich kennen. Wer so ein bisschen Ahnung hat. Wer kennt den? Danke, Robert. Ich will es mal. Freunde, da mal den Follow-Button drücken, ja? In the Lorax. Du hast schockt, ja? Conchita Wurst. Ja. Der Lorax. Gifted sub. Thank you, my friend. Ja. Ja. Englisch-speaking friends. Ja. Don't forget to buy this exclamation ticket giveaway this week, this evening, at the end of the stream. Wish Command. Your own command. Ja. 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 ja, ja Ja. Nee. Ja. Ja. Amser, haben Sie das von DJ Schuh gehört? Amser, haben Sie das gehört? Ja, er ist dead. Er ist dying. Ja, in einem Krankenhaus. Ich denke, dass er etwas falsch ist mit seinem Stomach und er ist zu late in den Krankenhaus. Ja, es war zu late. Ich bin Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, dass es ein unserer DJ-Frienden hier auf Twitch war. Er hat uns sehr geholfen. Wir spielen oft auf der Hausjunkie-Channel. DJ Shoo. So Freunde, wunderbar eine Autobahn. Lisa, hat doch mal lange gedauert, meine Beste hier. Jetzt haben wir den Lisa weichgekloppt, meine musikalisch. Das ist verrückt. 13 Jahre altes Son und eine Frau. Von den USA. Nee, von Kanada, sorry. Von Kanada. Ja, so Freunde. Ja, Freunde, natürlich für die ganzen Supporter hier gibt es nachher noch Dankes-Nachrichten. Wo wird er denn hin? Was macht er hier? Was macht er hier, Freunde? Alter. Find der oder was? Wie wir sehen, Freunde, es gibt nur Idioten da draußen. The Lorax was said. Always stupid people outside driving car. So Freunde, danke für den Hypetrain-Wahnsinn. Thanks for the Hypetrain support, friends. Der Loweck in Deutschland, wir sagen 98% Die Leute sind verrückt, das ist dumm. Geil, oder? Aber das macht nur weniger Kamera, wenn ich jetzt auf die GoPro gehe, dann leuchtet nichts. Es ist so fein, da ist so fein. Guck noch rein. Vielleicht? A little bit of connection problems. We are going in the forest now. Wir haben ja die SRT-Server, wenn der Stream abschmiert, läuft es weiter. Die sind hier in den USA. Ich denke, Hoffmann, die sind überall in der Welt. Ja, danke. Willkommen. Alikad. Ja, wir hatten. Ja, wir hatten. Sunset. Sunrise in der Morgen und Sunset in der Nacht. Aber die Tage werden länger dauern. Und ja, das ist das nächste Mal. Ich denke, wir haben komplett lighten auf der Roadtrip. Um, Lorix, explain, robotics. Well, was ist robotics? Company? I don't understand it. Is it your work? Company name? What is robotics? Ah, yes. Now I understand. You have to explain it. Okay. It's longer. The cat is longer. Yeah. But I hope the Lorax, they move faster than robotics. The baton is longer. The baton is longer. The baton is longer. Yeah, I can do it, Lorax. Of course. I will see it. Let's bring the world together, Lorax. Oh, my God. The baton is longer. The baton is longer. What do you want to hear? The baton? Soft? The other thing? The baton? The baton? What do you want to hear? The baton is longer than this. The baton is longer. The baton is longer. The baton is longer than tiny. The baton is longer. But you are not longer. Look at this. So eine Soft-und-Hard-Playliste machen, Freunde. So ein bisschen. Na ja, überlegen wir mal was bei euch, Freunde. Mal gucken. Gesundheit. Methus, bless you. Methus, dankeschön. Ich hab extra ausgemacht mit Mikro, sonst hätte der Ding knallt hier. Am Boxen. Gelächter. Schön, noch was, Freunde. Hecklo Time, auch hart. Hecklo Time and Bad Connection Time, Freunde. Was sagt die GoPro? In dieser, was er denn da jetzt zaubert, war es mit dem Mochi im schwarzen Hintergrund. Dieser, hör auf mich zu verwirrden. Was ist denn da? Das ist empty. Okay. BVZ macht hinterher hier. Reincarnation, Freunde. Wer jetzt einen weißen Hintergrund hat, kann die sehen. Fetter Song drin. Auch nicht. Mit 14 Kugelser, das ist ein Spielerchen. Kein Wohnmobil, Freunde. So, Freunde. Und jetzt schnelle Entscheidung. Holen wir uns ein Eis? Ja oder ja? Was sagt die dazu? Shall we buy ice cream at the petrol station, Freunde? So. 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 Und du auch mit Eis, ne? Ah, without bikes, hallo, Eis. Okay, fahren wir durch, Frenner. Du musst bloß mit dem Portemonnaie herausfummeln. Dann kauft wir ein Eis. For the English-speaking friends, a little bit of teaching you German language. Ja, buy. We will buy a ice cream. Wir werden ein Eis kaufen. Bei ist Kalfetten, Freunde. Kalfetten. Thanks for back. Back to showroom. Na ja, aber warte, wir sprechen ja ein bisschen dirty streetlang, slang. Bildungstream, ja. Hier macht mal zum Thema Bildungstream EVZ. Mach mal ausrufezeichen EVA rein, ja? Genau. Guck mal, was die für schöne Augen hat. Guck mal, die Augen. Zack. Habt ihr hier sehen? Na ja. Mach mal cool. Nicht, dass er da fußnah abfällt, mein Freund. Lieser. Ein sehr guter Bildungs-Stream-Beitrag, Schlagsahne, Freunde. Neh. Das ist 1. 1 plus. Aber hier in Europa, wir können den Ice-Cream essen bei jeder Temperatur. Aufheide, mein Freund. Wir gehen jetzt zum Petrol Station. Und dann, wir kaufen Ice-Cream. Das ist richtig, das ist ein Whistle-Face Ice-Cream. Emoji. Wie? Das ist Acid. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen Sight-Trends. Oh, Freunde. Hier ist ein 1.71 der Diesel. Dreh durch. Oh, guck mal. Da gibt es neuen Petrol. Ich hab heute aber auch billig die Tanten, Freunde. Stimmt. Wo ist mein Portemonnaie, Freunde? Mein Money-Bank? So, kann ich mal drinnen nehmen mit dem Mikro? Da, ich mach mal die andere Kamera ein. So. So. Mit auch was. Und den nehm ich mal rein zu Tanten im Mikro, ja. So. 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 We're being on. So. So. Die ist aus, die wird sehen. Ja, jetzt gibt es sie. EWZ Fisken. Hier. Genau. Ja. Okay. Scheiße. Machen wir doch viel lang. Du bist auf jeden Tag. Jetzt machen wir gleich Schnorrer-Time. Hier, muss ich denn zeigen. Ice Cream. Ihr habt es gehört. Mein 29, ja. Aufharte. And Lorex. And Dark Angel. That is the best content on Twitch. An old man in a car, eating an Ice Cream with techno music. Spitzen content, Freunde. Heute gibt es wieder spitzen content. Ich hoffe, jetzt gibt es gleich den nächsten Spitzen content. Last chance to buy a ticket, exclamation ticket. Giveaway Verlosung, Freunde. Ausrufezeichen Ticket. Wir locken uns jetzt mal ein bei Stream Elements. Und dann gibt es Giveaway Verlosung. Ticket. Und dann gibt es Giveaway Verlosung. Ticket. Und dann gibt es noch die Flur-Tipps. Und dann gibt es noch die Flur-Tipps. Und dann gibt es noch die Flur-Tipps. ZUKA TV, hallo! Guten Abend. Beim Spitzen konnte ich Eis essen. So, passt mal auf meine. Ich zeig euch gleich. Ich zeig euch gleich. Ich zeig euch gleich. So. Also. Das ist der Giveaway, Freunde. Geht's überhaupt? Natürlich nicht. Warte. Das ist die Elements. Da ist es. Und da ihr könnt's sehen. Das ist der, Freunde. So, Freunde. Achtzehn Schlingel da draußen. Macht zum Beispiel, ob er mich kauft. Ja. A last chance to buy a ticket. Hm. You can visit me. Auf alle, no problem. Drei, zwei, eins. Giveaway beendet. Jetzt ziehen wir den Gewinner. Now we will check who the winner is. Also, Freunde. Hm. Und der Gewinner, das Wunschkommand, ist... Lisa dampft. Lisa dampft. Lisa dampft. Lisa dampft. Hat das Giveaway won. Uh, ja. Das ist auch Lisa. Dann überleg dir mal, wann Lisa. Aber diesmal ein Command, bitte. Dann bitte ein Wunschkommand. Den du auch benutzt, Lisa, meine Beste. Hm. Wunschkommand. 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 Giveaway is running. Wish command again, Freunde. You can buy a ticket. Freunde, kauft mal gleich Tickets hier, Freunde. Ticket kaufen. Lisa, Gratulation. Du kennst das Spiel, Lisa. Schreib mir, was du willst. Ich mach es. Lisa ist natürlich die Erste, die wieder ein Ticket kauft. Ruf, Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Lauf, Ruf. Lauf, Ruf. Das ist rot. Als wäre man mal die Lustige Gesellschaft weiterschicken, oder? Ich gehe so hoch, Alter. Ich schalte jetzt nochmal, ich bin echt jetzt hin. So, Freunde, ihr Fahrrägschuhl. Wir raiden nun, wir raiden jetzt. Ich zeige euch, wo. Wir raiden jetzt, um DJ Lockett. Bei der Kopf rein. Kommt mal mit. Baut mal den Markus ein bisschen auf. Der hängt ja bei mir auch im Stream. Und macht mal richtig Party, Freunde. Und dann, ich bedanke mich bei euch, Freunde. Bye-bye. Und wir sehen uns vielleicht Sonnabend oder Sonntag früh, ja? Komplett meine Texträume. Und ab geht's. Bye-bye, friends outside. Maybe Saturday, Sunday morning, I'm back. Mal. Bye-bye, friends outside. Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017